Freunde, kurz noch ein Video von einem groß, massiven Buchskampf gegen Animos und will dafür eine Mille haben, was auch noch massiv, no front jetzt so, aber so im Rap bist du ja, du bist relevant, du hast eine Legacy, aber du bist ja nicht ultra relevant in der Mille, ist ein bisschen übertrieben man, weil Animos, ich weiß ja nicht, du kämpfst gegen den Hund von Sushido und dann willst du eine Mille dafür haben? Digga, als wenn man dem Hund eine Mille gibt, ohne Spaß, jetzt nur Front jetzt so, aber den komischen Römer-Talk und seinen Millionärsgelaber, Digga, wie kommt ihr in die Gruppe, wer ist Millionär, ich bin der Podcastmeister Römer, nein, weg damit man, wie gesagt, hier kriegt jeder 20.000 Euro, das ist ein realistischer Kampf, Animos massiv, wenn der Mond immer ein Ghetto kracht, Junge, gegen Sushidos, Ghostwriter, Kampf, jeder 20.000 bei Universum Boxing, klingt realistisch, aber doch keine Mille, nimm dir doch mal selbst ans Herz und denk, ja, bin ich eine Mille wert, ich weiß ja nicht, deshalb vorher überlegen, bevor man es ausspricht, weil sonst kommt es ein bisschen arrogant und komisch rüber, okay, meine Freunde, es ist was für ein Buss, am liebsten, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.